Dann müssen wir Montreux mal schnell hier eine neue Freddy Mercury Statue sponsern, dass die uns das abreißen lassen Was ist Montreux mit der Statue? Ich glaube schon, denn die ist jetzt irgendwie hier Peinlich irgendwas falsches, ich glaube schon Montreux Ah genau, das ist dort die Freddy Mercury Statue in der Weihe auch Smoke on the Water ist ja dort entstanden, weil ja dort das Casino abgebrannt ist Und dann waren halt die Purple dort am Aufnehmen Eigentlich müsste man hier wirklich so einen See irgendwie hinbauen Da ist natürlich hier diese blöde Brauerei im Weg So, Mutier, wenn das natürlich S-Bahn ist, gibt das wieder nur vereinfachte Stationen Hier müssen wir was zum rüber gehen So Da geht dann noch jetzt eine Strecke ab, nach dort hoch, dann ist das einfach S-Bahn Guck mal, Altdorf Ja, die haben Ja, hier fahren 18 Züge, aber aktuell ist da keiner irgendwo in der Nähe, der das irgendwie Bedient Aber die müssen wahrscheinlich erstmal ihren Abstand neu Reinkriegen Demo Stau Diese Kamera Äh, diese Kartenansicht, wenn man rauszoomen, die ist einfach geil Oh, warte mal, hier ist ein Problem Äh, ja, der will raus Der will nach Der will bestimmt geradeaus fahren, ha Da, wenn ich den ein Stück einfach vorfahren lasse Wollen wir den halt mal an Ich glaube, hier muss wirklich das, äh, vierte Gleis kommen Jetzt kann der nämlich dort reinfahren Oh, 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 ich dachte, der crasht jetzt gerade Nein, nein, nein Oh, es ist doch gecrasht Der merkt sich das dann mit dem Signal Oh, nee, 454 Tote Scheiße Uff Shit Das war jetzt, hm, ganz große Scheiße Das war jetzt scheiße, über 400 Tote bei einem Zugunglück Ach, du große Güter Ei, ei, ei Okay Das ist natürlich, äh, Ganz große Scheiße Das ist große Scheiße Die Stadtverwaltung fordert, dass, äh, jetzt ist natürlich hier wieder irgendein Stau, weil das hier nie weiter geht So, weil der dort nie rüber kann, der ist auch blockiert, na gut, der braucht eigentlich bloß das Stück vorfahren So, kann er nie, weil da noch das Wrack steht Ach, shit Okay Ich glaube, das ist so, glaube ich, mit einer der heftigsten Unfälle hier im LP Und das zeigt auch, dass wir jetzt wahrscheinlich dringend, äh, tatsächlich das Vierte Gleis da brauchen Stadtverwaltung hat das schnell und unkompliziert genehmigt Dramatisch, tragisch Auf jeden Fall RIP Und mein Beileid allen Angehörigen So, jetzt aber immer noch Stau Ja, die Züge sind halt zu lang, ne Aber wahrscheinlich einen Waggon kürzer Würde auch nicht springen Achso, es ist ja schon nur so ein kurzer Bahnhof Na gut, der reicht aber auch am Ende Ja Oder ist der problematisch, weil die da weniger schnell, äh, entladen können Ich glaube, ich müsste das Ding hier generell irgendwie umbauen Hier ist ein Bauernhof im Weg, den kann ich jetzt nur nimmig reißen, aber ich brauchte eigentlich, ich brauchte eigentlich hier diese Kurve Hm, das finden sie mich scheiße, na gut, ist mir egal Ich hab hier den Platz, den ich jetzt brauche, also die Brücke ist dann eigentlich auch im Weg leider Kann ich die irgendwie alternativ rumfahren lassen Gut, da hinten ja auch eine Brücke So, hier ist natürlich Chaos, weil der will jetzt unten raus Kannst du hier einfach erstmal zurück ins Depot fahren, einfach, dass hier wieder eine Plattform frei wird Wo der dann reinziehen kann Dass es hier erstmal weiter geht So, naja Das ist natürlich jetzt ultra dramatisch Und... So, achso der will geradeaus geradeaus. So, der fährt jetzt erstmal rein, das ist natürlich auch hervorragend. Jetzt soll der erstmal fahren, dass die hier wegkommen. So, ist frei, ja. So, jetzt fährt der erstmal raus, der fährt glaube ich herunter dann. Der fährt auch geradeaus. Gut, vielleicht muss ich für die geradeausspur hier doch eine Brücke rüber bauen, aber es wäre ja dann mit dem gewonnenen Platz wahrscheinlich möglich. Also wir haben erstmal das ganze Land hier, was noch fehlt. Dann müsste vielleicht hier der Bahnübergang auch noch weg. Königegang mit der Straße. Ach guck mal, hier ist sogar noch das alte Gleis drunter. Ja, das ist ja lustig. Archäologisch hier spontan irgendwelche Altbestände gefunden. So, äh. Warum erstmal den Bahnhof dran? Das vierte Gleis. Kann ich das nicht wieder, äh. Das Ziel muss eigentlich auch sein, dass die Bahnsteige da wieder alles die gleiche Länge haben. So, erstmal alles reservieren an Land. So, du kannst doch eigentlich jetzt auch mal weiterfahren. So, zuerst bauen wir jetzt erstmal hier. Das erstmal spitz zu, dass wir hier auch das Gleis um eins verlängern können. Das sieht dann zwar tierisch scheiße aus, aber kann ich dann halt auch nicht ändern. Ja, aber wir müssen das jetzt bauen hier. Tja, wirklich sind da eigentlich die mittleren beiden Gleise dann relevant. Warte mal, ich kann doch. So. Ich glaube, ich brauche das Sperrsignal zur Sicherheit mal dort oben rein. So, das kann dann weg. Weil natürlich jetzt blöd ist, dass der ja nicht mehr... ... 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